Don't Stop Me Now ist ein 1978 auf dem Album Jazz veröffentlichtes Lied der britischen Rockband Queen. Hintergrund Das Lied entstand 1978 während der Aufnahmen für das Album Jazz. Text und Musik stammen aus der Feder von Sänger Freddie Mercury. Produziert wurde der Titel von Queen und Roy Thomas Baker. Im Tonstudio erfolgten zunächst Einzelaufnahmen, die per Overdubbing übereinandergelegt wurden und so das fertige. Dreieinhalb Minuten lange Stück ergaben. Das Klavierspiel von Mercury wurde als zentrales musikalisches Thema zuerst aufgenommen, es folgten was, Schlagzeug und Gitarre. Die Aufnahmen des mehrstimmigen Refrains sowie von Mercurys Solopart erfolgten zuletzt. Der Harmoniegesang im Refrain war dabei beispielhaft für das musikalische Schaffen der Band und gilt als eines ihrer Markenzeichen. Im Vergleich zu vielen anderen Queen-Titeln hat das Gitarrenspiel insgesamt nur eine untergeordnete Rolle und ist lediglich kurz in der zweiten Hälfte des Titels zu hören. Bei Live-Auftritten wurde Maispart allerdings auf das gesamte Lied ausgedehnt. Obwohl der Titel mittlerweile bei den Queen-Fans als eines der beliebtesten Stücke gilt, wurde er lediglich 1979 live gespielt und weder im Jahr davor noch bei späteren Tourneen in die Setlist aufgenommen. Eine Live-Interpretation befindet sich auf dem Doppelalbum Live-Killers. Aufbau Das Lied ist in F-Tour verfasst. Es beginnt mit einer Rubato-Gesangseinlage zu Mercurys Klavierspiel, geht dann in einen wesentlich rockigeren Teil über. Bevor es mit erneutem Klavierspiel und Solo-Gesang von Mercury ausklingt, an Anfang und Ende des Titels wird dabei dieselbe Melodie verwendet. Inhalt Der Text beschreibt das Gefühl von Energie und Stärke, welches in einer humorigen Ausdrucksweise vorgetragen wird. Mercury bediente sich dabei einer kosmischen Bildersprache. Veröffentlichung und Erfolg Don't Stop Me Now wurde am 26. Januar 1979 als zweites Single aus Jazz ausgekoppelt. Das Cover zeigt Freddie Mercury rücklinks auf einer Bühne. Die B-Seite beinhaltet entweder den Titel in Only Seven Days oder More of That Jazz. Das begleitende Musikvideo, das die Bandmitglieder auf ihrer Bühne um Taylors Schlagzeug gruppiert, in einer nachgestellten Live-Aufführung zeigt, entstand vor einem ihrer Konzerte in Brüssel. In den britischen Charts gelangte die Single bis auf Platz 9 zwei Ränge höher als die vorangegangene Single-Auskoppelung Bicycle Race, Fat Bottom Meat, Girls. In mehreren anderen europäischen Ländern war Don't Stop Me Now in den Top 20 platziert. In den USA und Deutschland erzielte die Single jedoch nur mäßige Notierungen. 2007 und 2008 tauchte der Titel nochmals in den britischen Charts auf und verblieb monatelang in den Top 200. Möglich wurde dies, da die Regelungen für die UK-Charts zuvor geändert worden waren und seitdem auch digitale Downloads berücksichtigt wurden. Music Week, eine Zeitschrift der britischen Musikindustrie, veröffentlichte 2009 Download-Charts, in denen die Lieder jeweils nach dem Jahrzehnt ihres Erscheinens sortiert waren. Unter den in den 70er Jahren erstmals veröffentlichten Stücken ist Don't Stop Me Now mit insgesamt ungefähr 200.000 verkauften Downloads der am häufigsten aus dem Internet heruntergeladene Titel. Die Zuschauer der BBC-Sendung Top Gear wählten Don't Stop Me Now im Jahr 2005 zum Greatest Driving Zone wahr. Auf der damit verbundenen Trophäe, die Roger Taylor in Sardinien in Empfang nahm und später im Meer versenkte, war jedoch lediglich Stop Me Now eingraviert. Don't Stop Me Now erschien auch auf den Queen-Kompilationen Greatest Hits und Absolute Greatest Cover-Versionen. 2003 Thomas Wohlfahrt 2004 The Vandals 2006 MC Fly 2006 Global DJs 2009 Katy Perry 2010 Eternal Tango Darüber hinaus gibt es unter anderem eine klassische Umsetzung des Titels durch das Royal Philharmonic Orchestra und eine spanische Version der mexikanischen Band Phobie. Die Cover-Version der Popband MC Fly erreichte Platz 1 der britischen Single Charts. Am 22. September 2006 begleitete Gast-Gitarrist Brian May die Band bei einer gemeinsamen Live-Aufführung von Don't Stop Me Now. Verwendung Don't Stop Me Now fand in unterschiedlichen Fassungen Verwendung in den Kinofilmen Blackball. Schon auf The Dead und Hardcore sowie im Fernsehfilm Das Wunder von Wien, Wir sind Europameister. In der Folge Freundschaft verbindet der Zeichentrick-Serie American Dead. In der BBC-Serie Doctor Who Episode Die Mumie im Stil einer 1920er Jazz-Nummer. In der Zeichentrick-Serie Guardians of the Galaxy in mehreren Folgen als Titelied der britischen Talkshow Al Murray's Happy Hour. In verschiedenen Werbespots in einer Werbekampagne des südafrikanischen TV-Senders im Net. Im Videospiel Donkey Konga Im Videospiel Christmas Im Videospiel